Vor drei Tagen fing alles an. Hallo, Reda. Komm sofort her. Die Entführung dieses jungen Influencers durch Mitglieder des Medellin-Kartells. Und du bist nicht an meiner Seite, um meinen kleinen Bruder zu retten? Wir zwei gegen das Medellin-Kartell? Bist du vollkommen irre? Doch, nicht zu zweit, Monsieur. Bin dabei. Ja, okay, nur wir zwei. Diese Typen da sind keine kleinen Kinder, die du rumscheuchen kannst. Das heißt, ich kann nur kleine Kinder rumscheuchen. Okay, dann los, Geron. Ihr habt meinen Bruder. Wir haben einen von euren Leuten. Was zur Hölle? Wir sind total am Arsch, Alter. Ganz ruhig bleiben. Hola, hola, senor. Como esta? So zahlst du mit deinem Leben. Du trost mir, du Wichser! Nein, nein, nein! Für wen hältst du dich eigentlich? Nein, das klingt doch nichts. Rediger fälligst du nicht so mit mir. Gut, dann gehört der Sieger mir. Was machen wir jetzt? Es gibt jemanden, der euch helfen kann. Hey, 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 hey! Wach, 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 wach! Mein Gott, bist du groß geworden. So gehst du auf den nicht los wie sonst. Wieso sollte ich? Der wirkt doch sympathisch. Boah, krasser Schritt. Oh, ist das für mich? Okay, danke. Das ist auch gut. Schlecht. Das ist besser. Und auch das hier. Oder doch? Wollen wir tauschen? Na gut, tauschen wir. Gib schon her. Das ist kein scheiß Spiel, verdammt. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.